ja 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 und willkommen bei dem nächsten Part von PvP und dieses Mal geht jetzt ins Odessan Prüfungsgelände und erstmal darf ich meine Krista prüren so ich muss sagen, dass ich eigentlich kein Fan davon bin, aber dennoch kann man es mal spielen, je nachdem wie gut die Teams sind würde ich sagen ok werden wir mal gleich aktivieren und stimmen warten wir noch ein paar Sekunden ja ich habe gedacht warum machen wir nicht einfach mal eine Runde wieder mit dem Pivi, dem Hexer ich glaube die letzte Runde die war auch schön ein disconnect oder so irgendwie sowas und ja dann hauen wir sie weg ok ok 3 2 1 und 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 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 7 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 Ja, fuck you, Reflect. Na, komm. Ich find das so bescheuert, Alter. Wie die diese Kack-Zertner hochgeboostet haben. Ja, genau. In der Bubble. Tot. Ja, perfekt. Scheiße, nein. Ohne Kack, ey. Oh, es ist so gleich null, aber trotzdem. Genau deswegen macht es mir einfach keinen Bock. Es macht einfach keinen Spaß. Die Kontrollpunkte sind jetzt aktiv. Schnell, holt sie aus. Okay, Hockeyhield oder was? Sagt bloß, ich hab jetzt nicht mal in den Klebe... Das macht echt Spaß, dieser Mist. Der macht echt Spaß. Nicht... So, der hat schon geheilt. Kann ich wenigstens die Daily abgeben? Mein Gott, ist das traurig. Oh Gott, war das lame. Jetzt wisst ihr, warum ich es hasse. Na gut, man kann halt in einer Gruppe schön auf Punkte auf Ziele gehen, aber... Es macht einfach keinen Spaß. So. Hoffentlich hat's euch gefallen. Ähm... Ja, war eine langweilige Prüfung, würde ich mal sagen. Und... Dann... Seien wir uns hoffentlich im nächsten Part. Ich mach nochmal eine Rückkehrsalter und dann... Ja, ihr könnt euch mal gerne mal diesen neuen Aufstand anschauen. Hab einen hochgeladen. Ich kann ja gerne demnächst auch mal die anderen da aufnehmen. Und dann würde ich sagen... Kommt mit ihr, abonniert und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ciao. Ciao.